Wir gehen in keine Inni. So, Jorde, Hierroik-Inni. Hendrix? Alter, ich wette mit dir, wenn wir in die Inni gehen, kommt dann der Pizzadienst und dann... Oh, ich muss zur Tür. Das sind 44 Minuten. Ja, okay. Du wirst sehen, es wird passieren. Du musst ja nur heilen. Sind die Peperoni scharf, Alter. Ach, du isst gerade auch noch? Ja, Pizza. Du bist ja gar nicht online. Du hast ja heute alle Pizza. Ja, ich komme gerade. Aber Hendrix ist, glaube ich, nicht da. Dann gehen wir ohne Hendrix. Warte. Ich schreibe ihn schnell. Oh, dann haben wir auf jeden Fall das Problem am Ende. Hä? Dann haben wir am Ende auf jeden Fall das Problem, wenn wir jetzt noch irgendwie ewig warten. Ich bin doch da. Ich schreibe nur ganz schnell. Ja, du bist da. Aber wenn jetzt Hendrix... Ja, super, danke. Aber wenn jetzt Hendrix und so weiter wir auch noch wieder warten, dann haben wir wieder... Später und noch später und noch später. Und dann sind wir beim Erstboss und heißt es... Oh, Pizza ist da. Ich muss jetzt essen. Tschüss. Dann bist ja du schuld. Nee, ich kann einfach hier klicken und krieg sogar eine Sonderbelohnung, wenn ich jetzt gerade spiele. Na, dann lad uns mal ein. Wer ist denn uns? Du bist nicht mal online. Ich bin online. Ja, jetzt bist du online. Was hat Hendrix gesagt? Warte. Du nimmst meine Einladung nicht mal an. Alter, ich habe den Mund voll gehabt. Er hat geantwortet. Ich muss es nur lesen. Kleinen Moment. Ich habe den gerade doch gesehen. Ach, verdammt. Ich habe Hendrix angeschrieben. Hendrix Dehler. Aha. Der ist da, genau. Wo ist er? Wo ist er? Warum müssen die doch immer den gleichen Namen haben? Das ist eines Hendrix und das andere ist Hendrix. Lol, Hendrix Dehler geht jetzt schlafen. Schön. Welcher Hendrix? Caligula. Ich weiß nicht, welcher Hendrix welcher ist. Egal. Jetzt habe ich seinen Namen gesagt. Ist doch egal, in der ändert sich eh keiner dran. Da ist Halo im Chat und dann schickt er dem am Ende noch was zu essen. Ein Burger. Ah, hallo Axel. Äh. Äh. Und er hat 500 Kilo Hühnerbrust für 2000 Pfund. Kommt was? Schon gut. Joa, der ist jetzt bereit. Ja. Wenn er nicht da ist, hat er halt Pech gehabt. Hast du ihn eingeladen? Junge, er ist doch gar nicht online. Achso. Irgendjemand hat abgebrochen. Ich habe abgebrochen. Weil du zu mir gesagt hast, hast du ihn eingeladen. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, ob der vielleicht online ist. Nur Arbeit mit dir, Junge. Und wer schafft da mit seinem Löffel auf irgendwelchen Sachen rum? Ich dachte, du isst Pizza. Ja, warst du doch mal. Ach, Dix. Wenn jemand rüber essen darf, Mann. Krass. Ja, natürlich darfst du dich in Ruhe essen. Ich esse nachher auch nicht in Ruhe. Und sag dann nur... Ach du Scheiße, da hat sich jemand auch vielleicht in Ruhe genommen. Huch. Ups. Ups. Ich habe ein Lag. Schön. Und da habe ich jetzt verzichtet darauf, dass ich hier Sonderbonus kriege. Oh, wir haben einen Schatten dabei. Oh, Barathor ist ja da. Wo? Online. In WoW, weil wir hier alle WoW spielen, Axel. Deshalb sind wir im WoW-Channel. Ich spiele keinen WoW. Also, ich spiele kein WoW. Ja, deshalb weiß ich nicht, warum du hier bist. Ich bin hier, weil ich cool bin. Und Jus, ist auch hier. Ich bin kein WoW. Hat das Möpschen heute die Bude vollgecheckert? Er macht's, glaube ich, gerade sogar live. Im Hintergrund. Ich glaube, ich höre, wie ein Tier eine Wurst rauspresst. Ne, er war ja gerade draußen. Wir sind ja gerade wiedergekommen. Nichts verbrochen, Tirathon. Ihr und eures Gleichgewinnigen müsst ihr eure Verbrechen müssen. Ja, super. Ich war hier noch nie drin. Hier warst du noch nie drin? Nein. Ja, ich habe das schon mal auf normal gemacht. Aber wenn ich mich noch recht entsinne, ist das eine der knackigeren. Ich bleib beim Schamanen, der beschützt dich wenigstens. Natürlich. Der hat ja auch genug Zeit bei seines Zwei-Tasten-Hämmern. Wirst du mich denn auch beschützen? Verbrechen? Unser Verbrechen war es, alles zu opfern zur Rettung dieser Welt. Vorsicht. Mana, mana, mana. Ja, 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 ich warte. Die kam ja jetzt einfach hier runtergelaufen. Ich musste ja reagieren. Und dann habt ihr alle Ewigkeit hier eingesperrt. Und dann habt ihr uns hier eingesperrt. Hast du was zu essen oder trinken dabei? Ja, ja, habe ich. Ich bin gerade am trinken. Ich bin Heiler. Ich habe immer Sachen dabei. Du meinst, du bist Mana-Klasse? Ich habe aber nur Sachen für mich dabei. Das macht nichts. Ja, ja, ich bin jetzt. Na komm, klopfst du alle weg Es sind nur noch zwei, wenn ich das richtig sehe Und hinten ist einer noch gecheckelt Oh, dass mir der Begriff noch eingefallen ist Der Taure, der hat Schultern mit kleinen Öfen drauf, damit er unterwegs grillen kann Nein, das ist ein Schamane Das ist ein Taure, oder? Ja Ihr habt doch gesagt, der hat Schultern, damit er grillen kann Wir riskieren viel zum Schutz des Lebens Allzu oft zu viel Hm Ist das jetzt normal oder heroisch? Das ist heroisch gerade Ah, okay Ich hab ein Akku Ja, keine Ahnung, wo die gerade herkamen Ihr seht schon den nächsten Pol Ihr wagt es, von Opfern zu sprechen Wir haben nicht mal genug Schaden gemacht, um die ersten Gegner Platz zu machen Bevor der nächste kam Ein Mob sieht überhaupt nicht seltsam aus, wenn er kackt Er setzt sich auf die halbe Höhe hin und dann scheißt er auf den Boden Ich glaub, das machen die meisten Tiere so Ich brauch Mana Ich gab alles Leib und Seele Mein Volk hat mich verstoßen Und was war mein Lohn? Ewige Pein durch meine Schwestern Guck mal, wie schillig das ich mache für dich Danke Bitte Sehr aufdringlich Das Schlimme ist, ich kann meine Pizza nicht essen Kannst du auch während du trinkst das Stück auch anknabbern Oder musst du beim Trinken noch irgendwelche großartigen Sachen veranstalten Wow, Alter Er disst mich, wo er kann Wer? Du Ich disse dich doch nicht Ich geb dir einen Lösungsansatz Ich glaub, der Hund schiebt an seinem Fressen ab Da hat er heute schon mehr als seine Dosis bekommen Ich diene meinem Volk Den Vertriebenen und Verstorfenen Ich werde euch und euresgleichen töten Danach werde ich die Träume als Endloser töten Also vielleicht hab ich schon so viele Möpse beim Kacken gesehen So kommt das mich ja komisch vor Warte Ich weiß, du musst noch Pizzastücke nicht reinschieben Nein, ich esse was, damit ich den Futter-Buff bekomme Ja, ja, hol dir einen Futter-Buff Nein, siehst du doch jetzt Jetzt hab ich Heilig-Kritischer Ich seh das nicht, ich hab kein Ziel drin Wenn du auf meinen... Nein, ich hab kein Ziel-Fenster bei mir drin Achso, das Fenster meinst du? Ja, das hab ich Ist das jetzt ein Frost? Ja Gut, dass der Schamalen so viel unterbrechen kann Und auch unterbricht Oh, er ist auf der dunklen Seite der Macht Stimmt, was ist eigentlich mit seinen Klingen? Aber sie wird ja die doch noch einsetzen Und dann fliegen die hier so quer durch den Raum Was ist eigentlich mit der Fähigkeit? Alter! Warst ein bisschen Augenstrahl drin? Nein, aber du bist gleich tot Bin ich doch gar nicht Oh, ich hab mich Boah, das war knapp Ich danke euch für eure Hilfe Ihr habt mir das Leben gerettet Ich kann jetzt nicht... Macht euch auch noch viel schrecklichere Dinge gefasst So, ich brauch Mana wieder Wie heißt dein Gruppeninterface-at-on? Äh, das müsste... Tiny Plate... Ne, nicht Tiny Plate Titan Panel Nein, das Titan Panel macht die Gruppe nicht so Tiny Plate macht das nämlich Oh, warte Oder ist das das Shadowed? Das Shadowed ist das Entweder oder ist das Tiny Plate Na komm hier jetzt Ja, ja, ich komm Boah, was hab ich dir über das Fliegen gesagt? Das ich, äh, so in die beste Position hippen kann Oh, damit du mich heilen kannst Nein! Hahaha Ja gut, das sind ja irgendwie Low-Level-Mobs oder so Richtig, der High-Level ist hier vorne Ach doch, ich war glaub ich schon mal in der Instanz hier Oh, das geht jetzt böse aus Ich hab ein Aquar Ja, ich weiß, was du Aquar hast Ich kann ja nicht viel machen, weil ich nicht hüpfen darf Ah, das ist die Shadowed Unit Frame Wodurch das so aussieht Aber man muss die dann selbst so zusammenstellen Oh, Alter Ich krieg hier die Rotze ab, Alter Das ist ja Wahnsinn Das musst du bei dir in den Arsch rankriechen Weißt du, wo wir in der Indie waren? Weiß ich nicht Gestern Nacht Oh Gott, stimmt Nee, das war nicht die, oder? Doch, in der Indie hab ich mal ein Teil bekommen, dass ich auf 4HC gehen kann Da war ich aber nicht dabei Doch, du warst mit dabei Ja, ich guck's mir morgen an Hallo, Balthazar Boah, eklig, Axel Du, du hast ja jetzt gerülpst Nein, du hast gerülpst Ja, siehst du, Hartmoor verteidigt mich Sicher Keine Ahnung, worüber die Gurken reden Das könnte schwierig werden 4, 3, 2, 1 Was muss ich hier machen? Ich hab den unterbrochen Und nachher kommen, äh, befreite Ads, was richtig scheiße ist 4, 3, 2, 1 Naja, von der quälenden Kugel Was muss ich machen? Ich bin desorientiert Ja Oh, befragende Sternen auf mir Ich glaub, ich muss dann weggucken Ich hab ein Eddon hier, ich bin tot 4, 3, 2, 1 Ich hab kein Ziel Ich bin orientier- äh, desorientierten 4, 3, 2, 1 Das ist ja orientier- äh 4, 3, 2, 1 Desorientiert Äh, ich hab keine Ahnung gerade, was wir machen müssen Halte dich, halte dich, halte dich Ich krieg dich nicht geheilt Jetzt weiß ich, was man machen muss 4, 3, 2, 1 Ja, ja, man muss die Augen angucken Kann der Druide nicht retzen? Anscheinend nicht Was macht denn der Schamane? Ja Da hätte er sich auch gleich umdrehen können Wow Ist der Schamane abgehauen Hä, wo, wo, wo muss ich lang? Wer ist denn raus? Der Schamane, wa? Der Schamane ist rausgegangen Oh nein, der Schamane ist noch da Der Dodo ist raus Ach, er hat ein Dodo? Du bist der Dodo Nein, da war noch ein anderer Druide Strahlen Bei den Strahlen Bei den Strahlen die Augen ansehen Aha, okay Wartest du schon nicht alle da? Ja, ich mach doch grad noch gar nix Alle da? 1, 2, 3, 4, einer fehlt noch Was haben wir denn da? Hm, ein Dämonenjäger Scheiße Warte Ist er ready? Ja, ja Also in die Augen gucken Wenn dieses, äh Diese Wellenlinien kommen In welche Augen? Da, wo die Linien herkommen Ja, okay Also die quälende Kugel 4, 3, 2, 1 Ja Hast du mich nicht mehr gesehen? Oder? Ähm Du bist zu schnell tot gewesen Zu schnell? Das passiert ja nicht von jetzt auf gleich Ja, wenn ich desorientiert bin Kann ich nix machen Du sollst doch in die Augen gucken Dann bist du nicht desorientiert Ich hatte zwei Strahlen auf mir Wo soll ich denn da hingucken? Du guckst in die Richtung der Strahlen Ich kam aus unterschiedlichen Richtungen Dann stehst du nicht richtig Ich mag dich Ich dich nicht Gut Ist das geklärt? Ja, genau Ich kann leider nicht sehen Wie viel HP die Augen haben Deshalb, ähm Weiß nicht, ob man die Augen kaputt machen könnte Theoretisch Er kann ja runterspringen Oh Und tot Das war knapp Alle da? 1, 2, 3 Wölfchen ist auch da Wir sind alle da 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Alter 4, 3, 2, 1 Augen haben zu viel AP Lohnt sich nicht zu töten Danke für die Info Ich werde von irgendwas permanent angegriffen 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Heil dich mal bitte irgendwie Ich hab keine Fähigkeit oft nur mich zu heilen gerade 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1. Meine Fresse, Alter! 4, 3, 2, 1. Juhu! Was für ein abgefuckter Boss ist denn das? Voll easy going, ey. Naja, du mich auch. So ein Run-Spots, Alter. Wo müssen wir denn hin? In einen der Bereiche. Ich will erst das Auge machen. Hier lang dann. Ja, warte, ich brauche Mana. Er braucht Mana. Der Jorde, der braucht Mana. Weil Jorde, der braucht halt Mana. Go. Wie go? Ja, sonst sind wir bei deiner Pizza hier noch am Erkeln, ey. Das ist ja sowieso, weil der Endboss hier echt hart sein wird. Naja, du hast es ja schon mal gemacht. Du auch. Ja, aber nicht auf Heroisch. Ich habe es nicht auf Heroisch gemacht. Egal, wir haben einen Schamann. Der holt alles raus. Jorde hat genug Mana. Also wenn ich mindestens 30% Mana habe, ist safe. Vor allem im Boss-Kampf. Unter 10% blüht Jorde erst richtig auf. War das ja schon der nächste Boss? Ja. Oh nein, der war doch so kacke, wa? Der war nicht kacke, ja. Warte, ich brauche Mana, ich brauche Mana. Verdammt, jetzt weiß ich Hendrix erst zu würdigen, ey. Ich habe nämlich noch dieses Gesöff vom Erntedammkfest, ey. Das muss ich mir nachher wiederholen. Los. Na gut. Ich habe nur so ein blödes Teil auf mich zukommen sehen. Ja, das macht Schaden. Er macht Jorde. Verdammt, hier muss ich mich auch noch bewegen. Das ist korrekt. Aber er kann auch von den Dinger getroffen werden und Schaden kriegen. So. Boah, das gibt's doch nicht. Ganz ruhig. Ihr seid aus der Reichweite? Ist egal, gerade. So, das sollte jetzt schon richtig sein. Verflucht sein, Spiegel der Wächterinnen. So knapp sah das aber nicht aus. Ich muss die Schläge in Kauf nehmen. So knapp sah das aber nicht aus. Ob die Monster immer größer geworden sind in WoW? Hm. Würde ich nicht sagen, weil, ähm... Damals zu Classic-Zeiten gab es ja auch schon das ein oder andere Riesenvieh. Oh, ich habe was von dem bekommen. Hui! Oh, der bekommt irgendwas. Kann ich mich hier in den Busch verwandeln? Nö, kann ich nicht. So, jetzt zum Magma. Meister. Diesmal friere ich den auch ein für uns. Guck, wie langsam ich bin. Ich bin der Langsamste. Ja, warum wohl? Ja, weil ich ein Droide bin. Nein, nicht, weil du ein Droide bist. Kannst du hier auf dem Weg Reisegestalt annehmen? Nein, ich kann in Gebäuden keine Reisegestalt annehmen. Ja, das ist kacke. Ich finde generell, der Droide müsste mehr können. Ich bin auch der Meinung, man sollte auf Droiden reiten können. Ja, normale Mobs sind, glaube ich, größer geworden mit der Zeit. Ja, bei Blizzard ist alles größer, fetter geworden. Auch die Mitarbeiter. Du Penner, warum laufst du denn jetzt zu mir? Damit du ihn heizt? Sehr schön. Jetzt habe ich meine Gelassenheit gecastet. Warum machst du sowas auch? Ja. Um den Gruppenschaden zu minimieren, aber... Mit Katzengestalt wärst du wohl 30% schneller. Ja, ich weiß, aber... Da habe ich keinen Bock drauf. Aber meckern. Kann ich hier runterspringen, Java? Kannst du. Ich nehme nur die Treppen, weil ich zivilisiert bin. Ja, warte, ich brauche Mana. Na du, hast du wieder in die Bude gepinkelt? Ja, 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 ja. Ich merke, ich fühle nämlich, dass du einen nassen Unterbauch hast. Bereit? Ja, ich habe den Hund gerade gefunden. Ups, du hängst am Kabel. Er hängt nur in der Steckdose. Was muss ich denn hier achten? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Bereiche werden markiert auf dem Boden. Ja, ja, ich gehe einfach raus. Du hurr, verkohlte Knochen werden von euch bleiben. Boah, fuck! Ah, auch der Hund hat sich unter mich gelegt. Und guckt mich liebevoll an. Du Hure, Alter! Warum greifst du mich an? Oh nein, das war das mit dem Magma, Alter. Leck mich doch. Oh, wie ich diese Instanz hasse. Ich hasse alles an WoW, ey. Sorry, ich muss mich manchmal ein bisschen bewegen. Ich will von euch bleiben. Nur Feuer hat seinen eigenen Willen. Boah, Alter! Nur verkohlte Knochen werden von euch bleiben. Ich... Ja, siehste, voll easy. Ja, das ist immer so. Und die Endbosse sind dann... Du Hure, wir vergewaltigen dich. Ach, ich kann mich auch in ein Kätzchen verwandeln. Hat Proof nen God Mode? Nein. Ich hab auch ein Trinket, was mich nochmal heilt, wenn ich zu wenig HP habe. Du hast mich, halt die Fresse. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ähm, da lang. Wo der dritte Wächter jetzt ist. Grimhorn, der Versklabe. Warte erst. Oh, ich brauch Mana. Den Drui, der vieles instant castet, meckert, dass er sich bewegen muss. Was soll zum Beispiel der Priest sagen? Ja, der Priester hat stärkere Heilungen. Und? Du kannst auch stärkere Heilungen haben. Ja. Ja, natürlich die Suppe wieder auf mir. Ich bin bewegungsunfähig. Oh, 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 oh. Du Hure! Komm, ich hol die Hure zu dir. Na ja, klar. Nee, ich bleib bestimmt nicht hier in den Markierungen stehen. Warum hab ich denn Agro wieder? Ich weiß auch nicht, was die Leute immer mit seinem Droiden macht. Nee, du hast die Folter, den Folter-Cast abbekommen von dem. Der ist random. Daran kann ich nichts verändern. Kannst du auch nicht, ähm, also ich kann den jedenfalls nicht unterbrechen. Ob das jemand anders könnte, wär wieder so ne Sache. Oh, wir haben ein paar Hunde gepullt. Naja. Oh nein, unser, äh, Druid ist, äh, unser... Schamane? Naja, egal. Warte, bitte. Ähm, der hat jemand was geschrieben. Balthazar! Ich werd angegriffen. Ich werd angegriffen. Oh Leute, Alter, was macht ihr denn? Was macht wer? Ich werd angegriffen. Ach so. Weil irgendjemand gepullt hat, er da. Nicht das Kabel fressen, Balthazar, danke. Nicht das Kabel fressen, Balthazar, danke. WoW-Spieler spielt, äh, Hierurg-Instanz durch, mit Mops auf Schultern. Das wär doch mal was. So, wir müssen ihm einfolgen, der weiß, wo es ist. Ist das denn die Mops-Challenge, oder was? Ach, der Boss. Vorher Mana, bitte. Obwohl, ich hab 86. Prozent. Naja, 86 Mana, da könnte ich, äh, nichts casten. Oh, süß, der hat Flügelchen, guck mal! Oder die. Ich weiß nicht, was er kann. Ich auch nicht. Aber egal. Wahrscheinlich nix. Oh nein, der castet irgendein... Ja, ja, ja. Oh Gott! Er castet ein bisschen Spuckzeug, ey. Ein Spuckzeug? Ich bleib einfach bei dir stehen. Scheiß toll. Okay, jetzt sollte ich raus... Ich kann mich nicht bewegen. Hure, ich bin verliebt! In was? Ich bin in ihn verliebt, oder sowas. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ich kann mich wieder gewinnen. Vier Millionen Leben hat er neu. Gleich weg. Also zwei Schläger. Nur Gold. hallo mister naja jetzt wissen wir wenigstens wer dings ist wer was ist nicht schon okay der schamane ist du stehst also auf kompulente geflügelte dämonen sagt der chat doch du da ich glaube auch ich habe letztens in der fußgeneration genau mit so einer laufen sehen irgendwas großes schwabbeliges ach das war kardula stimmt oh nein das ist wieder das mit dem licht war ja ich hoffe mal wie es weiß was die da gerade tut weil generell ist es natürlich ein bisschen besser mit dem tank hier das licht rumzuführen er steht auf dicke fleischpastete da läuft was weg naja vor allem die müssen wir auch noch weghauen weil sonst wirst du immer von hinten angegriffen und kommt aus dem kampf nicht mehr raus wo ist denn das licht das läuft da hinten ohne kack irgendwie seid ihr gerade gesplittet ne jetzt sind alle hier sorry ich glaube ich werde von hinten angegriffen ja nein wir werden nicht bis zum einschlaf wir machen jetzt die hero bei mir wir machen jetzt noch die hero indie und dann machen wir pizza fressen und dann machen wir was anderes ich bin eingespinnt hier ist ein gegner 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 wo ist ein gegner das sind keine gegner das ist einfach nur so ich werde vom geist angegriffen junge ja junge siehst du doch ja bei den hast du gerade eben erst rechts gepult nein der war hinter mir die ganze zeit nein der geist steht hier vorne rechts wo das licht war nein ist auch scheißegal weil der auch wahrscheinlich nicht ist egal wann kommt wieder mal warhammer da es nicht im plan drin ist kann ich da wahrscheinlich selbst darüber auch keine auskunft geben wir machen ja erstmal bomben prank hier nach Das war's. Morgens schon wieder Montag, ne? Ja. Wie die Zeit vergeht. Ach, stand schnell. Ach, stand schnell. Wie kannst du meine Fragen machen, ohne auf den anderen Bildschirm zu gucken? Telepathie. Moment, mana, mana, mana. Ja, ist nur der eine Gegner noch, ihr volle Tür. Achso, ich glaub, das wär schon der Boss. Guck mal, ich kann nebenbei noch sogar eine Diskussion, eine politische führen, auf meinem Handy, in Whatsapp-Gruppen. Wie hat der sich denn da reingebackt? Er ist einfach durchs Tor gegangen. Wie lächerlich berechenbar. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ich habe, wofür ich gekommen bin. Oh, mein Hund schläft. Ich möchte euch noch persönlich ein Ende setzen. Ein für allemal. Und jetzt sitzt ihr Narren in meiner Falle. Sehen wir mal, wie ihr im Dunkeln zurechtkommt. Warte. Charmy willst du machen? Gut. Der macht auch einen guten Job die ganze Zeit. Und dann los. Weil wenn ich mal als Tank das nebenbei machen muss, ist das immer ein bisschen stressig. Weil ich die Ecken dann absuchen muss. Ich habe Agro. Ja, was ist mit ihm und seinem Licht? Oh, er kennt es nicht. Unglaublich. Also jetzt habe ich meine Dings gezogen. Der muss das in der Situation schmeißen. Oh, er geht doch noch so. Ich hätte gedacht, man muss es doch schmeißen. Und wenn du hinläufst, teleportiert er sich weg. Naja, geht auch so dann anscheinend. Die Legion hat mir ungeahnte Macht verliehen. Ich gebe euch eine Kostprobe. Ich denke mal, man soll nichts berühren. Ich berühre doch gar nichts. Ich sage es dir ja nur. Irgendjemand hat mich weggestoßen. Ja, ja. Hier hinten ist die Lücke. Du kannst die Lücke nicht sehen. Ah, Alter. Du kannst die Lücke nur mithilfe des Lichtes sehen. Ja. So, Avatar wegknallen. So, das Schild ist weg. Ich weiß, bin ziemlich down. Hier rechts rüber ein Stück. Ich glaube, der hat nämlich gerade nochmal so eine Wand gezündet. Aber jetzt ist er eh Platz. Ja. Ich bin unterbrochen. Okay. Okay. Die Verräterin ist tot. Hab Dank. Wir stehen tief in eure Schuld. Ich werde mich nach oben durchschlagen. Doch ihr solltet den anderen Wächterinnen von euren heutigen Taten berichten. Meine heutigen Taten. Wir zocken, zocken, zocken. Oh, gut gemacht. Was habe ich denn alles bekommen? Nichts. Ja, kann man so sagen. 500 Artefakt macht. Geil. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legionen. Weil es dein erster Hero heute war, glaube ich. Ach, hast du zufällig gemacht oder was? Ja, es war zufällig heroisch. Ja, dann ist gut. Denkt immer daran. Es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Hab schon wieder 1000 Artefakt macht fertig. Wie verbraue ich denn diesmal? 8.830, okay. Na, dann bist du genau da, wo ich war vorhin. Aber brewerstern... Ja, dann bist du das. Ja, dann bist du das. Ja, dann bist du das. Ja, dann bist du